Planipenia Namensgebend für die echten Netzflügler sind die zwei Paar netzartigen Flügel. Planipenia haben weißende Mundwerkzeuge und zeigen teilweise Ocellen. Bei den Larven sind die Mannliebeln und Maxillen verlängert und zu Saugzangen und einem Nahrungsrohr umgewandelt. Als bestimmungsrelevante Merkmale bei den Imagines gelten Fühlerform, Wachsbestäubung, Fangbeine, Flügeladern, Flügelspannweite, Muster und Farbe. Untertitelung des ZDF, 2020